Aber jetzt kann ich doch zumindest ruhig ins Bett gehen, dann wäre ich auch, wenn ich verloren hätte. So, also, morgen bei uns zu Gast das Glas-Blas-Sing-Quartett. Klingt gut. Und die Autoren, Radiomoderatoren Volker Wiebrecht und Robert Skupin. Ja. So, jetzt kommt Tour in der Haff, man. Das war's für heute. Vielen Dank, Ed. Mach's gut. Tschüss. Lassen Sie sich überraschen. Das Glas-Blas-Sing-Quartett. Was ist auf jetzt? Hey! Ich kann euch hier mal sagen, Menschö. Popcorn. Das Glas-Blas-Sing-Quartett. Wenn Sie die mal alleine nehmen möchten. Ja, man braucht keine teuren Instrumente, um Musik zu machen. Das Glas-Blas-Sing-Quartett. Das Glas-Blas-Sing-Quartett. Das Glas-Blas-Stimo. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Lassen Sie sich überraschen, das Glas-Blas-Sing-Quintett. Applaus Untertitelung. BR 2018